Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es um eine Situation, die viele Frauen kennen. Und zwar, du hast das Gefühl oder er sagt es dir sogar, er liebt dich, möchte aber keine Beziehung. Woran das liegen kann, was vielleicht nicht an dir liegt und wie du darauf reagieren solltest, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen auf diesem Beziehungskanal. Hier geht es um das Thema glückliche und erfüllte Partnerschaft. Wenn dich das interessiert und du möchtest mehr davon, abonniere den Kanal, mach das Glöckchen an, du bekommst dreimal pro Woche ein neues Video von mir zu genau diesen Themen. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich habe mich dem Thema Partnerschaft gewidmet, weil ich selber früher nicht in der Lage war, eine glückliche Partnerschaft zu führen. Viele Dinge in mir haben mich blockiert. Ich wusste viele Dinge nicht, ich habe viele Dinge falsch gemacht. Und ich bin mittlerweile in einer glücklichen Partnerschaft. Wir haben ein Kind, wir haben ein zweites unterwegs. Also ich bin den Weg gegangen und ich kann dir gerne zeigen, wie du den Weg auch gehen kannst. So, springen wir mal rein in das Thema. Du hast also die Situation, er liebt mich, will aber keine Beziehung. Was ist das? Was ist denn das eigentlich für eine Situation? Ja, also ich überlege, ich spiele häufig mit Gedanken und stelle mir Fragen, wie wäre das eigentlich vor 500 Jahren gewesen? Oder vor 50 Jahren? Oder vor 120 Jahren? Und aus meiner Sicht, es hätte diese Situation wahrscheinlich auch gegeben, einfach schon auf Basis, wie eine große Menschenmenge sagt, statistisch gesehen könnte sowas passieren. Aber aus meiner Sicht ist das eine neue Erscheinung. Ja, und ich möchte mit dir über drei Gründe reden. Also es kann natürlich einfach sein, dass er Bullshit labert, dass er dich vielleicht gar nicht liebt, dir das vielleicht nur sagt, um deine Gefühle nicht zu verletzen. Und dann aber sagt, nee, aber ich möchte keine Beziehung. Ich bin gerade nicht so weit oder was weiß ich. Ja, es könnte also theoretisch an dir liegen, aber, weil ich glaube, da draußen gibt es schon genug Tipps, wie kannst du ihn überzeugen und wie gesagt, all das Zeug ist nicht so mein Sinn. Ich versuche mich eher auf die fundamentalen Dinge in Partnerschaften und in Persönlichkeitsentwicklung zu fokussieren. Deswegen geht es jetzt mal um die andere Seite. Was in ihm kann eigentlich dazu führen, dass er dich eventuell sogar liebt und also die Wahrheit sagt, aber trotzdem keine Beziehung mit dir möchte? Ja, fangen wir mal an. Gedanke Nummer eins und das ist ein ganz, ganz häufiger. Er kommt aus einer Partnerschaft raus, die war, die ist ganz kurz erst vorbei. Vielleicht war die auch schmerzhaft, die Trennung. Und er sagt, boah, nee, also tut mir leid, du bist der Wahnsinn. Ich finde dich mega toll, aber ich kann gerade nicht. Ja, ich, mir ist das tatsächlich so auch ergangen mit Clara. Ich habe Clara ganz lange quasi am langen Arm verhungern lassen, ohne das Böse zu meinen, weil ich hatte eine Trennung davor. Die Beziehung davor ging fünf Jahre lang und ich habe mir erst mal gesagt, boah, also die war halt auch anstrengend. Das war die Partnerschaft, wenn du mich schon länger verfolgst, wo ich zweieinhalb Jahre Fernbeziehung hatte zwischen Deutschland und Australien und so weiter und so fort. Also ich hatte gerade einfach, ich war nicht bereit für Verpflichtung und Anstrengung. So, das ist Punkt Nummer eins. Kann man verstehen. Da braucht der Mensch manchmal einfach ein bisschen Zeit. Gedanke Nummer zwei ist, und das ist aus meiner Sicht eine neumodische Erscheinung aufgrund der Tatsache, dass unsere Verbundenheit übers Internet gestiegen ist. Wir sehen andere Menschen auf Instagram, wie sie toll aussehen und sportlich sind und sexy und reich und was nicht alles. Wir haben Dating-Apps zur Verfügung, die uns innerhalb von einer Sekunde ermöglichen, einen Katalog an neuen möglichen Partnern, also Sexualpartnern oder Beziehungspartnern zu finden. Sodass dieses Problem, was wir früher ja schon hatten, dass wir immer denken, bei anderen ist alles besser. Ach, bei denen läuft das irgendwie immer so leicht. Und ach, die kriegen mal alles hin, die haben keinen Stress. Weil wir ja nicht, einfach nur, wir denken das quasi einfach nur, weil wir nicht hinter die Kulissen schauen können. Weil hinter jedem Vorhang passieren Dinge, die nicht cool sind. Ja, das geht mir so, das geht euch so. Wir denken immer nur, das Gras ist grüner woanders. Und das ist jetzt quasi mein Grund Nummer zwei. Dieser Gedanke, glaube ich, wird immer mehr verstärkt. Besonders in Großstädten und durch Dating-Apps und Social-Media-Apps. Dieses Gefühl ist da draußen nicht vielleicht noch ein besserer Partner. Ja, also ich sehe hier diese Frau oder diesen Mann und die ist attraktiv und wir verstehen uns. Die ist auch intelligent und was auch immer. Aber geht da nicht noch mehr? Gibt es da nicht jemanden, der noch perfekter passt für mich? Ja. Das in Kombination mit diesem höher, schneller, weiter Gedanken, dieser Perfektionierung von uns selbst. Und du hast das Problem, dass jemand Schwierigkeiten hat, sich zu committen. Der dann sagt, ey, ich finde dich toll, aber nee, Beziehung ist gerade nicht mein Ding. Der dann eigentlich die Augen offen hält, um zu scannen, zu verstehen, ist da noch mehr da draußen. Ja. Das sind jetzt so die beiden Einstiegsgedanken, die vielleicht der ein oder andere von euch schon hatte. Und jetzt wollen wir mal auf zwei Sachen eingehen, die nicht immer ganz so offensichtlich sind. Und wo viele Menschen sich selbst sabotieren. Also auch der Typ, den du vielleicht jetzt gerade kennenlernen hast oder das Mädel, was dir sagt, ich will keine Beziehung, kann sein, dass er sich selbst sabotiert. Und ich möchte dir jetzt in Punkt drei und vier sagen, woher das zum Beispiel kommen kann. Punkt Nummer drei ist, es kann eine Angst vor Nähe, beziehungsweise es ist gar nicht die Angst vor Nähe, sondern so ein Unwohlsein aufgrund der Tatsache, dass man das nicht kennt, entstehen auf Basis von Erfahrungen in der Kindheit. Du musst dir vorstellen, es gibt Menschen, die von zum Beispiel als junges Kind missbraucht wurden, hintergangen wurden, belogen und betrogen wurden. Das kann die Kernfamilie sein, das kann aber auch Mitschüler sein oder entfernte Verwandte oder was weiß ich. Und die haben ihr sogenanntes Urvertrauen, also das Vertrauen in andere Menschen stark beeinträchtigt bekommen. Es kann also sein, dass jemand dich liebt, sich zu dir hingezogen fühlt, aber Angst hat, das ist alles eine Fassade, hinten raus sagt sie mir, sie hat mich verarscht oder oder oder. Verstehst du, das sind also quasi, also es ist möglich, dass Erfahrungen in der Kindheit mich so geprägt haben, dass ich heute Beziehungen vermeide. Nicht, weil ich sie nicht will, sondern zum Beispiel aus Angst. Es kann auch sein, dass ich von zum Beispiel von meinen Eltern vernachlässigt wurde. Es war alles in meiner frühkindlichen Lebensumgebung, war alles total kühl, distanziert. Und das einerseits, also das beeinträchtigt das Bedürfnis nach Bindung, was jedes Kind hat. Bindung und Zugehörigkeit zu meiner Bezugsperson, Mama in der Regel oder Papa. Wenn das gestört ist, dann kann das sein, dass das Kind halt total in Sicht nach Liebe sehnt. Ja, oder, was auch häufig der Fall ist, eine Kombination ist, ich sehne mich zwar nach Liebe, ich kann nie Liebe genug bekommen. Ich habe darüber übrigens ein Video gemacht, er, sie liebt mich nicht genug oder sowas in der Art. Das letzte Video oder das vorletzte Video, was ich online gestellt habe, das verlinken wir euch mal. Also wir haben dieses unersättliche Bedürfnis nach Liebe. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass wir diese Nähe nicht aushalten können, weil wir unser ganzes Leben lang, auch in den frühen Kindheitsprägungsjahren, diese Nähe nie gefühlt haben. Die ist nicht normal für uns. Und es kann also sein, dass wir uns total unwohl fühlen, wenn auf einmal so viel Nähe da ist. Ja, wir vermeiden diese Nähe. Und Beziehung kann halt heißen, für mich zu viel Nähe, das ist irgendwie, ich kann es nicht aushalten. Ja, auf Basis von Erfahrungen aus der Kindheit. Ich habe auch mal, das ist schon lange her, ein Video gemacht über drei Beziehungstypen. Dort ist einer der Beziehungstypen, die anderen beiden kannst du dir auch noch anschauen, und einer der Beziehungstypen ist der vermeidende Beziehungstyp. Und das sind die, die Schwierigkeiten haben, wenn es zu nah und zu eng wird, die fangen an zu sabotieren, Streits anzufangen, die flüchten, die gehen weg. Ja, und auch die sind geprägt, unter Umständen zum Beispiel durch Kindheitserfahrung. Wenn du dir dieses Video anschauen willst, die drei Beziehungstypen, auch das verlinken wir dir gerne hier oben. So, das war Punkt Nummer drei. Also er liebt mich, möchte aber keine Beziehung, weil er zum Beispiel Angst hat oder Beziehungen generell vermeidet aufgrund von Kindheitserfahrung. Und jetzt, und das ist etwas, das uns irgendwie allen so geht und wo man aufpassen muss, dass uns das nicht zu sehr behindert und sabotiert. Und zwar Punkt Nummer vier. Vergangene Beziehungserfahrungen. Und warum sage ich das? Wir alle oder die meisten von uns haben irgendwelche Beziehungserfahrungen in der Vergangenheit gemacht, die schmerzhaft waren. Ich in meinem Beispiel habe meine erste große Liebe gefunden und ich dachte, die wird es, ich heirate die Frau. Ja, ich war total Hals über Kopf, rosa-rote Brille, naiv verliebt, ja, in meiner Jugendlichkeit. Und ich habe es nicht kommen sehen und sie hat mich quasi, in Anführungsstrichen, aus dem Nichts verlassen. Jedenfalls für mich aus dem Nichts, weil ich es nicht kommen sehen habe. Und das war so schmerzhaft, das war so eine Verletzung, dass ich wirklich dachte, ich werde nie wieder glücklich. Und was ist passiert? Ich habe mir dann geschworen, das wird mir nie wieder passieren, ich werde nie wieder so ins offene Messer laufen. Und das hat zwei Dinge gemacht. Als ich dann das nächste Mal eine Anbahnung hatte, also ich habe ein Mädel kennengelernt, drei Jahre später in der Uni, fand die toll, habe mich verliebt. Und dann, als ich gemerkt habe, scheiße, das geht auf eine Beziehung zu, habe ich fast heulend in den Armen meiner Mutter gelegen, weil ich das nicht ausgehalten habe, weil ich Angst hatte, dass mir das wieder passiert. Ja, aber ich wusste damals schon, ohne das zu wissen, ohne Beziehungsexperte zu sein, ich muss da durch. Alles andere ist keine Option. Aber nicht jeder traut sich das und Menschen vermeiden das. Ja, ein anderes Beispiel, ich kenne eine Frau, wunderbare Frau, liebenswert, intelligent, die hat, und da ist sie nicht die Einzige, aber ich nehme einfach mal diese Anekdote, die hat eine Partnerschaft gefühlt über mehrere Jahre. Und von Anfang an, das kam dann erst nach Jahren raus, von Anfang an hat ihr Partner sie betrogen, sexuell betrogen mit anderen Frauen. Von Anfang an, also keine Ahnung, schon nach zwei Wochen die erste. Mit diversen Frauen. Und das kam raus, die Beziehung ging in die Brüche und das ist natürlich schmerzhaft, weil du die ganze Zeit, also du, vor allem wenn das so rückwirkend ist, so jahrelang ist, ist eine Erschütterung deiner Realität, oh mein Gott, ich dachte, bei uns ist alles gut, das habe ich nicht gesehen. Und du fängst eventuell an, an dir selbst zu zweifeln, wie kann das sein, dass ich das nicht schnalle? Ja, und dieser Schmerz und diese Erschütterung des Vertrauens kann halt dazu führen, dass du danach Beziehungen vermeidest, weil du dir denkst, ey, Hauptsache ich darf nicht wieder an so ein Arschloch, in Anführungsstrichen, geraten. Ich darf nicht wieder, mir darf sowas nicht wieder passieren. Und dann hast du das, dass Menschen intuitiv, sie fühlen sich immer noch hingezogen zu Menschen, sie entwickeln eventuell noch eine Verliebtheit oder so ein Fable für jemanden, aber wenn es zu eng wird, ist es so, oh nee, da ist dann diese Angstreaktion, die dann irgendwie das sabotiert oder vermeidet. Ja, das heißt, um das jetzt mal zusammenzufassen, das waren nur vier, das ist nicht allumfassend, aber ich wollte euch mal vier gängige und wichtige Gründe nennen, warum er oder sie dich lieben kann oder dir das sagt und eventuell trotzdem keine Beziehung möchte. Grund Nummer eins war quasi gerade erst in der Trennung noch nicht verarbeitet. Grund Nummer zwei war immer dieser Gedanke, das Gras ist grüner woanders. Gedanke Nummer drei ist Prägung in der Kindheit und Gedanke Nummer vier ist eine vergangene Beziehungserfahrung. So, und jetzt noch abschließend die Frage, ja gut, wenn ich das jetzt weiß, was bringt mir das? Wie soll ich denn reagieren? Und die Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten, weil es gibt Anekdoten, zum Beispiel auch einer meiner besten Freunde, da war diese Trennung nicht so lange her, aber sie war noch nicht bereit und das hat ihn richtig gequält und er hat sich verliebt und das war alles. Und er hat gesagt, Mann, und die lässt sich nicht auf mich ein und so weiter und so fort. Und er hat fast das Handtuch geworfen, er hat aber monatelang durchgehalten und die sind jetzt glücklich verheiratet. Ja, also es gibt diese Positiv-Anekdoten, aber gerade wenn mir, also gerade wenn jemand explizit zu mir sagt, ich liebe dich, aber ich will keine Beziehung, dann ist mein erster Instinkt zu sagen, hör da drauf. Weil intuitiv denken wir, ja, vielleicht kann ich seine Meinung ändern und vielleicht kriege ich das ja noch hin. Aber wenn jemand das sogar explizit zu dir sagt, ich liebe dich, aber ich will keine Beziehung. Und du bist aber jemand, der eine Beziehung möchte, ja, eine committete Beziehung, er ist für mich da, ich bin für ihn da oder andersrum, ja. Dann würde ich fast empfehlen, lass die Finger davon. Weil wenn jemand das so explizit sagt, dann ist das wahrscheinlich nichts, was sich innerhalb von einer Woche oder einem Monat verändert. Ja, also natürlich kannst du dir sagen, ja, okay, wenn der sich coachen lässt oder wenn er eine Therapie macht oder was weiß ich, dann kann er die auflösen. Das stimmt. Aber er muss dazu auch bereit sein. Und viele Leute sind sich gar nicht bewusst darüber, dass sie Prägungen mit sich rumtragen. Ja, also das heißt, wenn mir jemand sagt, ey, ja, du bist eine tolle Frau oder ein toller Mann und ich finde dich toll, aber ich will keine Beziehung und ich will lieber was Offenes, dann ist das völlig legitim. Ja, er oder sie darf das wollen. Und du darfst darauf auch eingehen natürlich, wenn du das auch willst. Aber wenn du eigentlich eine Beziehung willst, vielleicht auch noch eine monogame Beziehung und du sagst, ich bin nicht mal offen, das zu probieren, ja, das entspricht nicht meinem Modell, meinen Vorstellungen vom Leben und ich bin nicht gewillt, das auszuprobieren, ich will es einfach nicht, es ist nicht meins, dann würde ich sagen, lass die Finger davon. Du lädst dir sonst ganz, ganz viele Probleme und Herzschmerz ein. Ja, jetzt muss man, also das möchte ich jetzt auch am Ende des Videos nochmal sagen, das muss man, dieses Video solltest du mit Vorsicht genießen, weil ich ja nicht deine spezifische Situation kenne. Wie ja schon gesagt, bei meinem Freund und seiner jetzigen Frau war auch ein Grund, wo sie noch gesagt hat, na, aber da war das nicht so, ja, nee, also, nee, ich will keine Beziehung, sondern sie war einfach noch nicht bereit und das hat man auch gespürt. Ja, da kann es sich lohnen, vielleicht mal dran zu bleiben. Aber wenn jemand sagt, boah, nee, oh, nee, also, nee, monogame Beziehung oder, oder, also, ne, an Polygambeziehung ist nichts falsch, es sei denn, du willst es nicht. Oder an lockeren Freundschaft plus oder, oder was weiß ich, ist alles nichts falsch, es sei denn, du willst das nicht. Und wenn du das alles nicht willst, dann würde ich auf seine Worte hören und sagen, okay, der ist offensichtlich, will der keine Beziehung mit mir, dann lass es bleiben und lass die Finger weg. Ich hoffe, das Video hat dir ein paar Gedankenimpulse gegeben. Wenn ja, gerne ganz, ganz viele Daumen hoch. Es hilft meinen Videos, Sichtbarkeit zu erlangen. Wenn du Video-Wünsche hast, gerne unten in die Kommentare. Und wenn du dich von mir coachen lassen willst, weil du ein Beziehungsthema hast, wo du merkst, ich kann mich hier entwickeln, ich tue immer wieder Dinge, die ich nicht will, ich fühle Dinge, die ich nicht will, keine Ahnung, Wut, Eifersucht, Verlustangst, irgendwas, wo ich das Gefühl habe, es steckt in mir und ich möchte mich als Persönlichkeit weiterentwickeln, dann guck unten in die Box, dort findest du einen Link, dort kannst du dich bewerben auf ein kostenloses Erstgespräch. Und da füllst du einfach ein paar Fragen aus, damit ich so ein Gefühl für deine Situation kriege. Und wenn das passt und ich habe das Gefühl, ich kann dir wirklich helfen, machen wir wirklich ein kostenloses Erstgespräch. Wir gucken, wo stehst du, es tut weh, was sind die Herausforderungen, wo willst du hin. Ich sage dir, welchen Weg du gehen musst. Und wir können dann gemeinsam entscheiden, wollen wir den Weg gemeinsam gehen, ja oder nein. Also, wenn sich das interessiert, der Link ist unten in der Box. Ansonsten, wie immer, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.